Die Behandlung der Stirn ist bei Frauen sehr ausschlaggebend. Hier zeigen wir mal eine etwas höhere Stirn. Auch hier muss jedes Mal die Konzentration angepasst werden. Man sieht hier bei der Bewegung der Stirn, wie viele Falten entstehen können und dadurch wirkt die Patientin einfach etwas älter. Und gerade wenn sie Make-up aufträgt und mal diese Bewegung durchführt, dann sieht es so aus, als ob sich das Make-up festhält oder zumindest die Konzentration erhöht und dann immer über die Nacht oder über den Abend hinaus dann nicht mehr so ästhetisch aussieht. Bei der richtigen Konzentration und bei der richtigen Behandlung bekommt sie weiterhin die Mimik und dann kann man mit Sicherheit ein sehr schönes und vor allem ein natürliches Ergebnis hier erzielen.